Okay, ähm, hier jetzt einmal, äh, Momente, achso, hier wollte ich noch, genau, das geht nochmal weg. Ne, das nicht. Geh wieder weg, da wollen wir nicht, hier wollen wir noch. Feldhacke, so. Na, dann nicht. Komm, hier lassen wir es mal, das sollte reichen, bis hier, eins, zwei, drei, vier, ja, hier ist die Wasserquelle, das geht. Okay, dann brauche ich hier noch, oh, hier ist ein bisschen mehr Weizen fertig, gut. Weizen brauche ich auf jeden Fall, um die Kühe zu vermehren, um dann Lena zu machen und um die Kühe erstmal alle anzulocken hier. Und dann werde ich hier, glaube ich, mal Möhren anpflanzen oder so. Statt, äh, Dings. Äh, die Axt. Hier so, da kommt das Zauntor hin. Hier muss ich noch ein bisschen weghauen. Das geht ja so nicht. Geht das so ran an die Seiten, das ist alles ein bisschen blöd. Hier kann eigentlich bleiben Erde, warte, so. Die hier muss weg. Ist das hier ein bisschen kantig, aber das macht ja nichts. So. Okay. Da ist noch Erde, hier ist noch, achso, hier muss ich wieder anpflanzen. Warte, 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 warte. Du Kuh, du kommst da mal rein. Du kommst da mal, scheiße, mal rein. Äh, jetzt ist die auf das Feld raufgelatscht. Boah. Alter, du scheiß Kuh. Komm, folg mir. Mach die das Feld kaputt hier. Folg mir, folg mir, folg mir hier rein. Nein, hier rein. Hallo? Da rein. Jetzt, du passt doch da durch. Ja, dann geh doch da durch. So. Alter Schwede, geh doch da durch. Nochmal. Nee, du sollst da nicht durch. Du Kuh sollst da. Alter, die ist so blöd. Die geht da immer wieder. Was passiert, wenn ich hier und hier? Jetzt geht die da hin. Ach, Mann. Ich schieb dich gleich da rein. So. Einfach durch, durch das Tor da. Alter, jetzt ist die kleine Kuh da. Ich mach noch ein zweites Tor. Komm mal, so. Das geht doch so nicht. Hab ich noch Holz mit? Ja. Machen wir mal ganz schnell. Hier unten das zweite Tor. So. Das werde ich brauchen. Die Werkbank. Moment. Die kann ich ja hier unten eigentlich auch direkt hinstellen. So. Irgendwie. Und, äh. Ein zweites Tor. Dann passen die Kühe dann besser durch. So. Und jetzt einmal mit Weizen die Kühe hier reinlocken. So. Achso. Das machen wir auch nochmal auf. Ach, jetzt kommst du durch. Okay. Ach, verstehe. Ist ja praktisch, Mensch. So. Die beiden haben sich schon vermehrt. Ich geh mal noch ein paar Kühe einsammeln hier. Du zum Beispiel. Komm mal her hier. Los. Und hier rein. Ach ja. So. Nein. Du läufst da nicht raus. Ich muss dich mal ein bisschen wegholen von dem Eingang. Hallo. Folge mir. Oder auch nicht. Okay. Ist ja auch wurscht. So. Okay. Dann geh ich mal hier noch ein paar Karotten anpflanzen, glaube ich. Sollte ich vielleicht. Könnte ich tun. Ja. Hier sind noch mehr. Warte mal. Hier sind noch mehr Kühe. Ich hol die einfach mal von hier oben alle runter. Er hat runterholen gesagt. So. Moment. Du folgst mir mal. Du folgst mir mal. Und du folgst mir mal. Hallo. Du folgst mir mal. Hab ich gesagt. Jetzt folgen mir doch nur zwei. Nee. Jetzt folgt mir doch nur eine. Das ist ja blöd. Warum eigentlich nur? Verstehe ich nicht. Manchmal folgen die einem einfach nicht. Aus irgendeinem unbestimmten Grund. Kann ich mir nicht erklären, warum. So. Darunter. Hier hat er auch einen fetten Euter. Guck dir das mal an. So. Reingekommen. Okay. Du kannst doch mit irgendwem. Die beiden können hier. Gut. Okay. So. Jetzt hol ich mal noch eine Kuh. Buh. Die kommt mit. Okay. Komm mit. Komm. So. So. Na. Jetzt komm da durch. So. Jetzt. Halt. Ich muss erst raus. So. Okay. Jetzt ist da schon ein bisschen. Kühe sind da drin. Ein paar. Jetzt kann ich ja hier mal. Mit dem Schwert schon mal. Ein paar Kühe umwälzen. Um. Dann an. Leder zu kommen. Leider kein Leder. Leder dafür. Ach naja. Wenigsten können wir uns davon auch ernähren. Das geht ja auch. Mensch. Ist ja auch nicht schlecht. Ach. Ich wollte ja unten wieder anpflanzen. Muss ich auch machen. Habe ich jetzt Leder? Ja. Zwei. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Muss man ja mal sagen. Dafür kriegen wir ganz viel Steaks. Und naja. Ein Leder. Hm. Aber hier sind ja auch noch ein paar Kühe. Jetzt habe ich die alle da unten eingesperrt. Ist ja auch wurscht. So. Da ist noch eine Kuh. Da unten sind noch Kühe. Ja. Gut. Äh. Wie komme ich jetzt hier hoch? Halt. So. Ich würde mal fast sagen. Ich mache jetzt hier so. Hier. Hier. So den Weg nach unten. Warte mal. Bäuche ich mir einmal durch. Ja. Kommt man da runter. Ist natürlich ein bisschen suboptimal gerade. Aber kann man so bauen. Glaube ich. Vielleicht aus Pflastersteintreppen oder so. Mal sehen. Ich wollte erstmal. Ach. Zuckerrohr brauche ich ja auch noch. Dann packe ich mal das Leder da rein. Das rohe Rindfleisch werde ich hier mal grillen. Zwei Kohlen sollten reichen. So. Apfel haben wir auch noch. Können wir auch noch mal futtern. Komm. Den futtern wir hier mal. Nein. So. Ich brauche noch Zuckerrohr. Und ich muss unten noch. Warte. Ich nehme mal kurz die. Kartoffel mit. Und die Fackel brauche ich gerade nicht. Und die Karotte. Moment. Wo ist das? Ach. Hier kann ich wohl das Hühnchen. Kann ich auch noch braten. Gleich. Nachher. Karotte nehme ich auch noch mal mit. Mhm. Okay. Okay. Ich nehme mal die eine Kohle hier wieder raus. Sonst ist das so eine Verschwendung. So. Achso. Die Samen wollte ich auch noch mitnehmen. Habe ich davon nicht? 38 habe ich davon. Okay. Ich nehme mal noch den Rest hier noch mit. Hier liegen noch 32. Weiß nicht. So. Okay. Einmal wieder hinunter hier. Wie gesagt. Da kommt dann. Eine Treppe hin. Die nach hier unten führt. Äh. Wenn sie dann fertig ist. Vielleicht. Irgendwann. Und dann hinein in den Wald. Mal sehen. Äh. Und hier wollte ich anpflanzen. Genau. Wo habe ich die? Feldhack habe ich hier. Gut. Machen wir doch mal die Karotte einfach. Machen wir die Karotte einfach hier hin. Und die Kartoffel daneben. Und dann müsste ich eigentlich Knochenmehl nehmen und die gleich größer machen. Und hier haben wir noch 6 Samen. Die können wir auch noch mal anpflanzen erst mal. So. Knochenmehl. Wieso habe ich eigentlich? Ich hatte doch oben noch Knochen. Genau. Die muss ich mal. So. Okay. Hier einfach mal anpflanzen alles. Okay. Moment. So. Das war ganz schön viel hier eigentlich. Was wir hier haben. Muss ich auch mal sagen. So. Hier. Ach. Hier war die wieder die Kuh. Die hat ja alles zertrampelt hier. Stimmt ja. Erinnere ich mich. Hier können wir weg. Eigentlich so. Hier kann auch noch mal ein Feld hin. Hier. Ach. Das reicht ja noch ein Stück hier. Geht ja noch locker bis hier hin. Und so. Müsste ich eigentlich auch umzäunen, dass da kein wildes Tier oder so drauf läuft. Und es wird schon wieder dunkel. Ich gehe mal wieder hoch. Und pennen. Dann gucke ich mal, wie das mit den Kühnen morgen früh aussieht. Ob ich die noch weiter paaren kann. Und hier einmal nach oben. Achso. Hier wollte ich ja noch, genau, die Treppe bauen. Da muss ich noch ran. Das ist noch nicht so ganz fertig. Wie man vielleicht leicht erkennt. So. Okay. Jetzt fange ich auch schon an, wie so ein Mathematiker. Wie man leicht sieht. Ach ja. Zum Glück war es in der Schule nicht so schlimm. Aber im Studium jetzt, da sagen sie immer, wie man leicht sieht. So. Ich will hier einmal kurz. Ich habe schon wieder Hunger. Ich will einmal kurz. Hier ist. Genau. Hier machen wir mal folgendes. Wir nehmen mal eine Kohle. Eine. Hier. So. Und wenn das fertig ist. Gehen wir mal das Steak schon mal raus. Kriegen wir nochmal EP. So. Wenn das fertig ist, packe ich mal das hier rein. Dann kann das auch noch brutzeln. Haben wir hier Steak. Davon lege ich mal die Hälften hier rein. Und äh. Ich brauche Zuckerrohr. Und ich brauche ein bisschen von dem Kabel. Davon habe ich noch genug im Inventar. Okay. So. Ich weiß nicht, wie viele Treppen ich da brauchen werde. Ich nehme mal hier nochmal 32. So. Das reicht vermutlich nicht. Da nehmen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich. So. Das könnte schon eher reichen. Schauen wir mal. Bin ich ja mal gespannt, ob das reicht. Äh. Hier muss noch Holz hin. Hier kommt Olz hin. Le Olz. Und hier dann die Kobbelstone-Treppe. Die Kobbel-Treppe. Heißt ja auch so, ne? Ne. Hier heißt es Steintreppe. Okay. Egal. Kann ich hier nicht setzen. So ein Mist. So geht das. Gut. Muss man ja mal runterspringen. So und so. So und äh. So. So. Und hier jetzt einmal. Hinunter. Das ist auch so schon asynchron. Ich habe immer das Gefühl, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass es im Video asynchron ist. Aber es ist auch schon so bloß asynchron. Im Spiel selber ein bisschen. Ah, wir haben noch eine Schaufel. Gut. Äh. Hier jetzt nochmal anbauen. So. 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 Hier unten ist natürlich praktischerweise das Ding. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich von unten rankomme. So. Na. Das ist falsch rum. So ein Mist. Aber auch. Mann. 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 So. Hier nehmen wir mal Erde. Nehmen wir mal Erde. Ja. Komm. Wir machen das mal mit Erde einfach hier zu. Komm. Wir können ja mal an der Seite noch lang laufen. Theoretisch. Wobei eigentlich... Ach, weiß ich nicht. So. Okay. Die eine Treppe ist falsch rum. Das muss ich gleich noch korrigieren. Hier muss ich aber erstmal runter bauen. So. Na. Hier müsste doch gleich noch ein bisschen steiler runter gehen, oder? Dass ich die Treppe noch... Na. Hier geht es gar nicht steiler runter, oder? Naja. Nicht wirklich. Nee. Okay. Ich brauche erstmal hier schon mal. Halt. So. So. Die hier ist falsch rum. Moment. Spitzake ist hier. So. Nee. Spitzake. Okay. Und hier geht es jetzt runter. Ich muss noch ein Stück tiefer, ne? Warte mal. Das soll bis hier hin. Genau. Also bis hier. Hier kommt dann noch ein Weg hin. Ich markiere das jetzt einfach mal so. Gucke mal, wie wir das denn machen können. Mal sehen. Oh. Muss ich gucken, dass ich hier nicht irgendwie in den Abgrund falle. Wer weiß. Vielleicht ist hier direkt unter der Erde auch eine Schlucht. Das kann ja auch mal vorkommen. Die in Minecraft sind halt so ein bisschen masochistisch, ist das nicht sadistisch. Wenn es das anbelangt. Was das anbelangt. So. Hier. Okay. Geht es weiter runter. Hier geht es. Warte. Nee. Das muss so. Das muss so. 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 Und noch mehr Erde weg hier überall. So kann man auch Erde sammeln. Ah. Hier ist Stein. Der muss auch weg. Oh. Da ist Gravel. Den können wir auch noch gebrauchen eigentlich.